Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine neue Veröffentlichung der Bundesnetzagentur, eine Konsultation rund um die Veröffentlichung von technischen Grundregeln für zum Beispiel die Stromwirtschaft, die ja typischerweise über den VDE gemacht wird. Und da wird es jetzt kleine Änderungen geben in der Arbeitspraxis und auch wie neue technische Regeln in Zukunft beschlossen und veröffentlicht werden und auch öffentlich konsultiert werden. Das ist mega spannend als Hintergrundverständnis dafür, wie jetzt die technischen operativen Regeln zum Beispiel entlang der Energiewende, der Digitalisierung der Netze und so weiter laufen wird. Das ist aber keine ganz konkrete im Alltag sofort wirksame Anpassung, sondern es wirkt mehr so Hintergrundverständnis, Hintergrundänderungen, deswegen auch für uns Energiewirtschaftler natürlich durchaus interessant. Aber wie gesagt, wirkt sich jetzt nicht sofort auf euren Alltag aus. Wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, mein Baby ist ja gerade mit im Raum und randaliert ein kleines bisschen, aber das passiert nochmal. So, wir sind bei den aktuellen Mitteilungen der Beschlusskommage 6 und haben hier am 11.10., also gestern eine Veröffentlichung. Feste Bewegungsverfahren zu den Grundsätzen und Verfahren der Einführung der technischen Sicherheitsregeln des VDE-FNN nach § 49, also 2 Satz 2 NWG. Und da gucken wir auch gleich nochmal rein. Dahinter steckt schlussendlich eine Stellungnahme des VDE-FNN, also das Forum Netzbetrieb vom Band der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Wer sich überhaupt schon mal irgendwie mit den technischen Seiten der Energiewirtschaft schlussendlich beschäftigt hat, der ist an HOTI nicht vorbeigekommen. Also ich glaube, ich erzähle jetzt nichts völlig Neues, dass die der Normgeber sind, dass die also die technischen Regeln für den Einsatz dann unserer regulatorischen Betriebsmittel das also alles veröffentlichen und festlegen. Die haben also eine Stellungnahme und Regelungsvorschläge veröffentlicht und auf der Grundlage hat dann die Beschlusskammer der Bundesnetzagentur ein Eckpunktpapier veröffentlicht, was schlussendlich jetzt zur Konsultation steht und bis zum 08.11. dann gerne Feedback haben möchte dazu, wie in Zukunft diese Normgebung, also das Finden und Festlegen der technischen Regeln, stattfinden hat. Denn einfach gesagt, es ist in der bisherigen Welt zu langsam. Das ist halt bürokratisch, wir kommen auch gleich ein bisschen dazu. Es hat halt auch viele Möglichkeiten, so ein Festlegungsverfahren zu verlängern und aufzuhalten. Und die Bundesnetzagentur sagt das eben, naja, in unserer heutigen Zeit, bei dem voranschreitenden 21. Jahrhundert, müssen wir eine gewisse Geschwindigkeit aufnehmen, um eben zum Beispiel der Digitalisierung und der Energiewende und dann schlussendlich dem, auf der anderen Seite, weiterentwickeln des tatsächlichen Stromnetzes, um dem Ganzen eben die Möglichkeit zu geben, sich anzupassen, um eben auch mit den Entwicklungen, mit den Innovationen entsprechend voranzukommen und hier nicht, ja, sich mehrfach überrumpeln zu lassen, dadurch, dass ein wenig die nächsten technischen Möglichkeiten am Markt theoretisch verfügbar wären, aber sie vielleicht nicht zulässig sind, so in dem Sinne. Jetzt ist hier ein kleiner Bezug auf ein Paragraf im Gesetz und der ist erstmal ganz wichtig, um nochmal nachzuvollziehen, warum wir hier über den VDE sprechen. Im Energiewirtschaftsgesetz, Paragraf 49, Anforderungen an Energieanlagen, Verordnungsermächtigungen, steht erstmal ein interessanter erster Absatz. Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Ja, gut. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. So, klingt gut, aber was sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik? So, jetzt kommt's. Paragraf 2, äh, Absatz 2. Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Vorbereitung und Abgabe von Elektrizität, also Strom, die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik und Funktionstechnik V eingehalten worden sind. Also, diese notwendigen Einhaltungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik werden vermutet, wenn die technischen Regeln des VDE eingehalten worden sind. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Das, was der VDE veröffentlicht, ist erstmal die Standardannahme für Einhaltung der Regeln der Technik. Gleichzeitig, wenn ihr steht, wird vermutet, ist das natürlich nicht vollkommen abschließend. Also, es gibt also auch andere Möglichkeiten, wie solche anerkannten Regeln zustande kommen können, durch, naja, einfach den Status Quo, den Aufsichtsbehörden mit Netzbetreibern gemeinsam leben, zum Beispiel, und so weiter, vielleicht auch europäische Vorgaben, und so weiter. Aber, der Standard im Strombereich ist dann eben das, was der VDE als Norm veröffentlicht. Das ist erstmal ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der VDE hat grundsätzlich immer erstmal ein bisschen Recht, laut Gesetz. Nun ist es so, dass der VDE selbst, wahrscheinlich, weil sie darauf angesprochen wurden, gesagt hat, wir müssen unsere Arbeitsweise anpassen. Die muss ein bisschen, wahrscheinlich, schneller und performanter werden. Wir kommen nicht gleich im Dokument von der Bundesnetzagentur dazu, dass es hier doch einige Möglichkeiten gibt, so ein Festlegungsverfahren für neue technische Regeln aufzuhalten. Diese acht Seiten Stellungnahme vom VDE, die unter dem Link, den ich euch unten in die Videobeschreibung setze, ja auch nachzulesen sind, die sind so ein bisschen selbstlobend. Also, der VDE hebt ja an vielen Stellen hervor, dass sie wirklich sehr, sehr toll sind und grundsätzlich Recht haben. Und, dass sie aber natürlich sich auch gerne hier weiterentwickeln wollen, um weiterhin immer ganz toll zu sein und immer Recht zu haben. Grob gesagt, ich fand es witzig, wie das hier teilweise formuliert ist. Im Großen und Ganzen sagt der VDE, wir sind das Nonplusultral. Kann man auch machen, weil faktisch ist der VDE immer die Stelle, die eben die Sachen veröffentlicht, die dann zum Nutzen sind von allen Netzbetreibern. Das passt schon. Oder auch von den Netzbetreibern, von den Herstellern, von Messsteinbetreibern, von Anlagenbetreibern und so weiter. VDE hat immer recht, es war versetzlich. Aber gleichzeitig steht halt auch im Gesetz, es wird vermutet, nicht abschließen, das ist keine Exklusivität. Also, allein diese Grafik ist, glaube ich, nochmal ganz interessant. Der VDE sagt dann also, naja, um jetzt in Zukunft unsere Regeln dort zu machen, muss vielleicht erstmal ein Antrag gestellt werden, eine Überarbeitung oder eine Neuregelung zu tun. Ein Fachgremium wird zusammengesetzt, Öffentlichkeit wird informiert, Fachgremium geht los, Dokument wird erstellt, gibt es eine öffentliche Konsultation. Dann wird irgendwann im Hintergrund das Ganze fertiggestellt, veröffentlicht und dann schlussendlich nochmal so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das wird irgendwann gecheckt, ist das Ganze noch realistisch, ist es noch aktuell, muss es überarbeitet werden oder außer Kraft gesetzt werden. Also, relativ logischer Ablauf, wie man dann zu den Dokumenten kommen kann. Und hier drunter ist eine kurze textliche Beschreibung dieser einzelnen Schritte, kann man sich anschauen oder auch nicht. So. Wer dann hier ans Ende kommt, seht ihr nochmal, ne? Weiteres Vorgehen. Die zeitnahe Umsetzung der angekündigten Festlegung setzt eine enge Abstimmung zwischen der Bundesnetzagentur und VDEFNN heraus, damit VDEFNN die erforderlichen Schritte einleiten und mit seinen Mitgliedern abstimmen kann. Also, muss jetzt die Bundesnetzagentur was veröffentlichen. Das hat sie auch getan. Wir haben hier ein neunseitiges Dokument und das ist wirklich interessant. Erstmal Festlegungsverfahren, Deckseite und jetzt in Konsultation. Also, das ist das Dokument, über das wir jetzt reden, um die Neuentwicklung praktisch genau zu beschreiben. Die Einleitung ist im Großen und Ganzen eine Beschreibung, dass Energiewende und Digitalisierung jetzt voranschreiten und dass deswegen jetzt eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen werden muss. VDEFNN war bisher sehr hilfreich und wird es auch bitte in Zukunft noch sein, muss aber schneller werden. Im Großen und Ganzen ist das damit hier zusammengefasst. Die technische Selbstverwaltung über den VDEFNN hat sich bewährt. Die technischen Sicherheitsberatungen garantieren ein hohes Maß an Transparenz und Neutralität durch angemessene Beteiligung der betroffenen Fachkreise und der Öffentlichkeit. Also, auch bisher hat der VDE in seinen Gremien verschiedenste Interessensvertreter zusammengesetzt aus verschiedensten Bereichen und dann auch schlussendlich der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, dort die Entwicklung sich anzuschauen und da auch Stellungnahmen abzugeben und vielleicht auch zu reklamieren. Das Problem ist aber, da geht man dann hier auch drauf ein, allerdings zeigt sich in letzter Zeit, dass in der Vergangenheit bewährte Arbeitsweisen vor der EFNN mit dem durch den fortschreitenden Klimawandel vorgegebenen zeitlichen Anforderungen an die Transformation des Energiesystems nicht ohne weitere Schritte zu halten vermögen. Anders gesagt, der VDEFNN ist zu langsam, um dem Innovationsdruck unserer Realität eben mit dem Kreis zu kommen. Der Beschlusskummer ist es also ein Anliegen, bei der notwendigen Optimierung und der Schützungen zu sichern. So, Feststellungsverfahren ist eröffnet. Durchzeitliche Optimierung soll die Entwicklung weiter vorangetrieben werden, beschleunigt werden. So, Konsultation. Hier gibt es dann schlussendlich zwei Punkte. Erwägungen, Beschlusskammer. Hier wird dann nochmal darauf hingewiesen, dass es so ein paar Stellen gibt, an denen die bisherigen Prozesse im VDEFN zwar grundsätzlich gut laufen, aber so ein paar Probleme haben, wie zum Beispiel, bis kein Widerspruch mehr aufrechterhalten wird. Wenn also innerhalb der Fachkreise einzelne Interessen sehr, sehr stark vertreten werden und die dann aufeinanderprallen und man keinen Konsens findet, dann kann es sein, oder konnte es sein, dass es praktisch ewig zu Diskussionen kommt. Das will man also nicht mehr. In Folge können selbst einzelne Personen innerhalb eines Fachkreises die Konsensfindung verzögern oder verhindern. Das war bisher so. Diese Art der Entscheidungsfindung wird den derzeitigen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Einzelinteressen dürfen der zeitnahen Anpassung technischer Sicherheitsregeln zum Wohl der Allgemeinheit nicht im Wege stehen. Das wird ja nochmal ein bisschen weiter ausgeführt. Interessant ist halt, diese Fachkreise umfassen Vertrauensnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, Mechternbetreiber, Hersteller, Erzeuger, Verbraucher, Dienstleister, Handwerk, Umweltverbände, Behörden, Wissenschaft und so weiter. Es ist weiterhin wichtig, dass die auch alle beteiligt sind. Gleichzeitig aber tragen die Betreiber der Netzinfrastruktur, also Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, urbanen Stromnetzbetreiber und Mechternbetreiber die Systemverantwortung. Kurz gesagt, die Bundesnetzregelung möchte, dass die Entscheidungsgremien hier in Zukunft zur Hälfte aus den Betreibern bestehen, also Netz und MSB und zur anderen Hälfte aus den restlichen, damit die es umsetzen müssen und die es dann leben müssen als Netzbetreiber, dass deren Interessen hier genügend ausgestellt sind und das auch nicht gegen deren Eigenverständnis von Betrieb des Netzes entschieden werden kann. Das ist hier relativ wichtig. Das steht also hier nochmal schon aus diesem Grunde sicherzustellen, dass technische Sicherheitsregel nicht gegen den erklärten Willen der Betreiber verabschiedet werden können. Auf der anderen Seite darf das aber auch nicht bedeuten, dass die Betreiber ihre Vorschläge verabschieden können, ohne dass die anderen Kreise davon auch überzeugt werden müssen. Also es soll trotzdem ein Konsens gefunden werden, aber die Netze haben schlussendlich das, die es dann nachher auch umsetzen müssen, für eine gewisse Wichtigkeit. Die Hintergrundgeräusche sind wie gesagt, mein Baby, was gerade bei einer Rasse auf den Boden schlägt. Wer das kennt mit einem siebenmonatigen Sohn, das wird es jetzt vielleicht immer mal geben, wenn ich hier im Homeoffice bin. Naja. Auch ein Problem, bisheriges Einspruchsverfahren. Jedermann hat das Recht, Einsprüche einzureichen, die dann behandelt werden, persönlich beraten werden, beschlossen und schriftlich beantwortet werden. Bei Ablehnung als Einspruchs kann Berufung eingelegt werden, Berufungsausschuss und erst dann konnte die jeweilige technische Sicherheitsregel verabschiedet werden. Das ist also wirklich nochmal ein unglaublicher zeitlicher Faktor, der das Ganze herauszögert. In Zukunft soll es trotzdem wirklich nicht geben, zu kommentieren und sich die Kürze zu verschaffen. Also wird es auf eine Konsultation hinauslaufen. Und das ist dann hier unter B-Eckpunktpapier weiter ausgestoffen. Hier gibt es große Überschriften, Fachgremien und Öffentlichkeit informieren und überprüfen. Die drei großen Schritte. Nun, Fachgremien ist schlussendlich der Prozess als solcher schon ganz gut dargestellt. Fachgremien sind allein verantwortlich für die technische Sicherheitsregel ohne weitere Zustimmung oder Freigabe eines weiteren Gremiums. Zusammensetzung zwölf Mitglieder mindestens vier der von der Bauern und Anwendungsregel betroffenen Fachkreise. Fachkreise sind jetzt wieder UNB, VNB, MSB und so weiter. Die Kreise, die wir vorhin gelesen haben. Dürfen nicht gegen den erklärten Willen der Betreiber, also der Netze und MSB verabschiedet werden, aber auch nicht gegen den erklärten Willen der anderen Fachkreise verabschiedet werden können. Also, wie gesagt, diese hälftige Aufteilung und dann so eine gewisse Konsensfindung, die hier weiter ausgestattet ist. Konsultationsdokumente sollen veröffentlicht werden und dann konsultiert werden. Dafür gibt es eine gewisse Zeit, einen gewissen Zeitkonsens von sechs bis acht Wochen. Anmerkung der Beschlusskammer, auch hier kann immer noch eine kleine Anmerkung der Beschlusskammer, hier gibt es immer noch die Möglichkeit, dass es zu einer Partsituation kommt, aber man erwartet im Moment nicht, dass es passiert. Sollte es dazu kommen, würde man diese gesamten Vorgaben nochmal weiter anpassen wollen. Einbildung der Öffentlichkeit ist dann also diese Konsultation mit einem gewissen zeitlichen Invest und schlussendlich dann das Verabschieden der technischen Sicherheitsregeln, dass die dann auf geeigneten Wege veröffentlicht werden. Das heißt nicht, dass dann ein Platt Papier in einer irgendwo in der Geschäftsstelle aushängt, sondern dass es über die üblichen Wege, Webseite des VDE, Fachpresse, Newsletter und so weiter verpflichtet wird. Der gesamte Prozess, um dann eine Neuveröffentlichung einer technischen Regel hinzukriegen, soll nicht länger als zwölf Monate dauern. Sollte die zusätzliche Beratung von drei Monaten dazukommen, wenn wir jetzt 15 Monate, aber danach ist halt Schluss. Das ist interessant, weil, wie gesagt, man konnte es bisher deutlich herauszögern. Jetzt würden wir in der Lage sein, innerhalb eines Jahres ein komplettes Neudesign einer technischen Regel im VDE zu bekommen. Das wäre schon gut. Das wäre ungefähr angemessen, um der Innovationskraft unserer Branche auch zu entsprechen. Öffentlichkeit soll entsprechend informiert werden, auch die Bundesnetzagentur soll informiert werden und dann über Prüfung heißt schlussendlich, na so kontinuierliche Verbesserungen, man soll gucken, ob das alles immer noch schön ist und irgendwas neu gearbeitet werden müsste. Diese Thesen, die jetzt hier vor allem also in dem zweiten Teil dann ausformiert sind, können bis zum 8. November mit einem Feedback an die Bundesnetzagentur nochmal kommentiert werden. Dafür, wie immer, gibt es ein Excel-Formular. Konzentrationsbeiträge können veröffentlicht werden, bitte nur per E-Mail an BK6. Das ist im Großen und Ganzen eine sehr interessante Entwicklung. Wir sind jetzt nämlich tatsächlich in einer Zeit angekommen, in der wir wirklich Fahrt aufnehmen mit unserer Neuregulierung der Stromwirtschaft oder auch der gesamten Energiewirtschaft, spartenübergreifend, entsprechend unserer äußeren Bedingungen wie Klimawandel, wie Digitalisierung, Voranschreitende in die Gewinde, Steuerware, Erzeuger und Verbraucher, Speicher kommt dazu, Kraftwerkspark ändert sich und so weiter. Also wir müssen auch wirklich jetzt mal was machen. Dementsprechend ist das hier eine interessante Grundlage, um diesen Teil des Normengebers, des VDE, FNN, hier mal jetzt neu zu regeln. Wie gesagt, am 8. November die Konsultationsseite findet ihr in der Videobeschreibung. Schlussendlich ist das eine gute Entwicklung. Es ist eine Hintergrundentwicklung für die Art und Weise, wie wir Neuregelungen in unserer Branche jetzt bekommen, aber das ist wichtig. Und insoweit, wenn euch das interessiert oder wenn ihr in Gremien sowieso schon arbeitet oder wenn euch solche Entwicklungen dann auch interessiert und ihr da vielleicht Konsultationsverträge auch dann immer veröffentlichen möchtet, guckt euch das mal an. Es ist wirklich interessant. Okay. Soweit dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen zu diesem Prozess, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und also zum Eben mal liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nicht die nächsten Videos verpasst. Und wie immer auch bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.